Öffnet er den Schrank mit seiner reichhaltigen Bart- und Perückensammlung. Dieser Superbart enthält einen Fallschirm, der Nick schon zweimal das Leben rettete. Knatterton überlegt, in welcher Verkleidung er möglichst unauffällig zu Nicker gehen soll. Vielleicht als würdiger Greis? Oder als Südländer? Oder als Intellektueller? Oder ganz bieder als Bayer? Oder etwa nostalgisch?